Ja, ein herzliches Grüß Gott vom R&V-Stand hier auf der Agrarier. Wir sind heute hier, um für unsere Kunden und für die Landwirtschaft unsere Produkte, Ertragsschadenversicherung und auch die Maschinenbruchversicherung vorzustellen. Ja, Sie kennen die Gefahren. Es kann jeden Landwirt treffen. Die Existenz ist gefährdet, wenn Seugen auftreten, aber auch wenn Krankheiten oder auch Unfälle den Betrieb ereilen. Wir versichern die Existenz der Betriebe. Neben der Ertragsschadenversicherung versichert die R&V-Versicherung auch die Maschinen. Bis zu acht Jahre mit einer Versicherungssumme bis 700.000 Euro. Ja, und als einzige Versicherung in Österreich regulieren wir nicht nach Pauschalsätzen, sondern es werden alle geringeren Einnahmen und alle höheren Kosten im Schadenfall ersetzt. Unser Makler-Team ist in ganz Österreich unterwegs. Wir kommen gerne auf den Hof und beraten Sie für die richtige Variante für Ihren Betrieb zur richtigen Absicherung. favorablend Michael 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 Bis zum nächsten Mal.